Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier bei der Cobbzeitung in Basel und herzlich willkommen auch in den Eisheiligen. Ich habe mich zuerst gefragt, wieso zeigen wir eine Joggerin auf dem Cover der Cobbzeitung ausgerechnet in einem Regenjägchen im Sommer. Aber der Redaktor, der diese Geschichte gemacht hat, Andreas Eugster, ist offenbar ein Wetterschmöcker. Er hat es geahnt gehabt und darum mit Regenjägchen. Eine hochinteressante Geschichte. Ich habe es gesagt, es dreht sich alles um das Joggen. Interessante Zahlen und Fakten haben Sie zum Beispiel gewusst, dass Läufer, die sich zwei Stunden pro Woche bewegen, mindestens drei Jahre länger leben. Viele Informationen rund ums Joggen vom Anfänger bis zum Marathonläufer in der aktuellen Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche und dass es läuft.